I have a pen, I have a apple Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil dann könnt ihr doch was gewinnen Ey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video, ich hoffe ich bin noch scharf Woher bin ich eigentlich immer, ne? Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video und zwar habt ihr es wahrscheinlich am Titel schon gelesen Auf jeden Fall habe ich ja letzte Woche mit meinem Bruder eine Versuch nicht zu lachen Challenge gemacht Und ja, wir überlegen jetzt mal, was wir denn so als Bestrafung machen können Beziehungsweise ich muss auch erstmal gucken, wer verloren hat Und das machen wir jetzt einfach mal sofort Merlin? Merlin? Komm mal Ja, ich komme jetzt mal wieder Ja, ich habe so voll das schlechte Gefühl, weil ich glaube ich habe eh verloren Ähm, weil ich habe das so mal nachgeguckt, aber Ähm, so, was haben wir denn hier? Alex hat mehr gelacht 166 Likes? Tusch, Leute, was wollt ihr denn, Alter? Alex hat mehr gelacht Sein Bruder hat mehr gelacht 21, okay, ich gucke Alex hat am meisten gelacht Alex hat mehr gelacht Alex Alex Ganz klar, Alex hat mehr gelacht Alex hat mehr gelacht, haha, Alex hat mehr gelacht So, Leute, ich würde sagen, wir warten einfach mal kurz, bis der Kommt Was glaubst du, wer hat verloren? Keine Frage Was? Wolltest du gucken? Also, ich würde sagen, du hast verloren Ich? Ja, mit Abstand Nichts doch Ich stehe darüber, Alex hat mehr gelacht Ne Doch Hm, doch Nächst mal weiter Alex hat mehr gelacht, ne? Stand da wieder Jetzt hoffe ich Ja, okay, dann würde ich mal sagen, du darfst dir jetzt was für mich überlegen Beeil dich, die Kamera ist gleich leer Ja Ja Dann musst du dieses PPAP Hast dir schon was überlegt? Ja Boah, weißt du schon, wusstest du, dass ich verloren hab? Ja, ich hatte selber schon die Kommentare geguckt Aha Was muss ich machen? Dieses PPAP da machen Ist nicht schon Fallout? Wie meinst du genau, ich muss das machen? Ja, diese, äh, die Sachen so und sowas halt im Kaufen halt, dann das nachmachen Ich gebe dir jetzt nicht für ein Video so viel Geld aus für die ganzen Sachen Hose hast du noch? Hat der Sonne Hose an? Wieso hat das so viele Klicks? Okay Leute, passt auf, ich fahr morgen nach Köln bis Donnerstag Und ich würde sagen, dann mach das einfach da Passt auf, das wird heftig Bis später Willst du noch was sagen? Ja, ciao Was geht ab, Leute? Ich weiß, ich seh aus, als hätte ich gar nicht geschlafen Aber ich hab ein bisschen geschlafen Wir haben auf jeden Fall gestern für mein neues Musikvideo gedreht Das kommt bald online, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen Ich bin sehr zufrieden damit Mehr will ich dazu jetzt doch gar nicht sagen Auf jeden Fall, ich bin in Köln, bin voll am Arsch Aber wir gehen jetzt in die Stadt Ich hab mir gerade hier diesen Typen angeguckt Ich muss ja ein bisschen wissen, wie das funktioniert und wie der aussieht Und wir suchen jetzt einfach mal nach einem passenden Outfit für mich In irgendeinem Shop hier Und dann versuche ich das ganz einfach mal so gut wie möglich umzusetzen Auch wenn es voll affig ist Aber ich muss es machen, ich weiß Also bis gleich on the street Peace Ich seh echt aus, als hätte ich irgendwie echt gar nicht geschlafen Mann, heftig La 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 Ich bin immer noch nicht da Hallo? Yo Leute Ich hab jetzt hier eingekauft Das Outfit ist echt heftig Ich weiß nicht, ob es mir passt, aber ist ja auch eigentlich scheißegal Es wird mir schon passen Auf jeden Fall sind hier noch ein paar andere Ähm, ja, wie soll ich sagen Ihr werdet das gleich sehen Ich will gar nicht lange labern Bis gleich Wir haben jetzt echt krasse Sachen am Start Wie schon gesagt Und zwar kann ich euch das ja mal kurz zeigen Hier ein geiles Hemd Das seht ihr aber gleich genauer Und Keine Ahnung, wo das herkommt Weiß ich auch nicht Und eine Sonnenbrille Die ist echt fresh Und ja, meine Hose habe ich leider vergessen Aber ich wette, es wird trotzdem krass Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an Viel Spaß Lass den Daumen nach oben da Jetzt schon I have a pen I have a apple Uh, apple pen I have a pen I have pineapple Uh, pineapple pen Apple pen Pineapple pen Uh, pen, pineapple, apple pen Ach du scheiße, was war das denn ey Irgendwie so ging das, glaube ich Möchte wer was Ja Leute, scheißegal Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen unterhalten So Und ihr hattet Spaß Und ich habe mir gedacht Ich brauche das Zeug eh nicht mehr Weil Sieht scheiße aus Ich verlos das einfach Also schreibt doch einfach einen Kommentar Wie zum Beispiel Alex, das war schlecht Oder Alex, du bist cool Oder irgendwie sowas Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil Und ihr könnt gerne noch einen Daumen nach oben dalassen Das erhöht die Gewinnchance Abonniert nicht vergessen Und so eine Scheiße mache ich echt nie wieder